Drei Tage ist es her, seit die Götter weggezogen sind. Ich habe mir mit dem Geld einen Tabakladen gekauft. Gestern bin ich hier eingezogen und ich hoffe jetzt viel Gutes tun zu können. Meine Cousine bedauert natürlich das Gebot der Gastfreundschaft nicht auf unbegrenzte Zeit befolgen zu können. So etwas würde unsere Schentier gar nicht über die Lippen bringen. Ich habe alle Bücher über die Fliegerei gelesen auf der Schule in Peking. Aber eine Seite eines Buches habe ich nicht gelesen. Und auf dieser Seite stand, dass keine Flieger mehr gebraucht werden. Wie das ganze Viertel erfuhr, eröffnete Herr Shuita in der Nähe des Viehhofs Eine kleine, aber schnell aufblühende Tabakfabrik. Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, dann muss Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht. Durch ein großes Feuer, bevor es Nacht wird. Ha! 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 Chu! Tsip!